Blutspenden und Leben retten. Da Blut und Plasma nicht künstlich hergestellt werden können, ist das Ruhrplasma Zentrum Bochum sowohl für Blutspender als auch für Kliniken, Praxen und die Pharmaindustrie ein kompetenter Partner. Seit 22 Jahren werden Blut, Thrombozyten und Plasmaspenden nach höchsten Hygienemaßnahmen durchgeführt, wobei Stamm- und Erstspender vor Beginn der Spenden regelmäßigen Gesundheitschecks unterzogen werden. Während des überwachten Spendevorgangs werden Blutplasma und Blutkörperchen voneinander getrennt. Die Blutkörperchen erhält der Spender zurück. In kurzer Zeit steht ein wertvolles Plasmaprodukt zur Verfügung. Zahlreiche serologische Untersuchungen wie eine 5-fach PCR-Testung zum Ausschluss schwerer Infektionen gewährleisten Sicherheit in der weiteren Verwendung. Ob zum Ausgleich bei Blutverlust zur Herstellung von Medikamenten oder Fibrinkleber, die Lagerung in Kühlzellen garantiert eine schnelle Verfügbarkeit für medizinische Bereiche auch rund um die Uhr. Blutspenden Hoffnung schenken. Unter der Leitung von Andrea Wachowiak agiert ein qualifiziertes Fachkräfteteam, das gemeinsam mit den Spendern zur Lebensrettung vieler Menschen beiträgt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017